So, mal sehen, wie das wird hier. Hier gibt es nichts zu sehen. So, Freunde, was ist los hier? Warnung. So, ich habe es nicht zu sehen. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß auch gar nicht, was geladen wird. Ah, es geht voran. So weit war ich aber eben schon mal. Ah, doch, jetzt geht's. BVZ-Dienste, was auch immer das sein soll. Lass einfach mal eine Runde zocken, genau. Korb, Kampagne. Online-Privat. Kein Bock auf andere Menschen. Wo wolle ich... Wo wollen wir hin? Ach komm, lass uns hier starten. Aber nicht... Ja... Für dem Wasser... Komm, wir was wolle. Der ist immer gut gewesen. Schmieren wir die beiden Level durch. Kein Bock auf die U-Bahn und hier die ganze Tunnel-Geschichte. So, erzähl mir was. Wer auch immer du bist. Wo drücke ich denn bereit? Wo drücke ich denn bereit? Hier. Man, so lange schon nicht mehr gespielt. So ewig nicht gespielt. Ja, es gab ja ein paar Veränderungen. Ich bin ja jetzt in den Bundesvorstand gewechselt. Falls es jemanden interessiert. Es gab ein bisschen mehr Arbeit. Erstmal die ganzen neuen Tools anschauen und erlernen. Obwohl das auch nicht jetzt so ein Riesen-Acker war zwar. Dann hast du immer mit den üblichen Streitereien zu tun. Es gibt ja immer noch den einen oder anderen, der demokratische, gewählte Leute nicht so akzeptiert. Auch wenn es immer anders heißt. Aber das sind so die Dinge, die dazu gehören. Ja, die Sonne scheint noch ein bisschen rein hier. Die Abende werden länger. Das heißt, die Sonne ist noch länger unterwegs. Was das Arbeiten im Büro ein bisschen anstrengender macht. Was lädt das jetzt heute langsam? Muss das alles neu geladen werden? Zeigt gleich zu meinem Internetproblem. Gab es jetzt auch eine neue Kreditkarte. Die alte hatte das Datum erreicht. Läuft denn ja automatisch ab. Dann gibt es eine neue. Und was ich vergessen habe. Ich habe mich vergessen, beim Game Pass zu verlängern. Soll ich das auch nochmal machen. Ah, jetzt geht's los. Ah, ein Stress. Dann kommst du nicht mehr in deine Spiele rein. Und, 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 und. Das sind immer so... Solche Sachen laufen ja nun mal nicht automatisch. Also, so wie ich das sehe, kommt ihr relativ gut rüber. Ja, ich bewege mich. So, wie sieht es hier aus mit Waffentechnik? Okay. Hören wir mal langsam an, ne? Wo komme ich denn hier nochmal rein? Komme ich hier rein? Hier komme ich rein. Okay. Bleibt ruhig, bleibt locker. Oh, mir wurde letztens vorgeworfen von einem anderen... Achso, ich habe ja Dauergranate irgendwie. Mir wurde von einem anderen Gamer vorgeworfen. Ich wäre zu langsam. Ich bin gründlich. Sehr gründlich bin ich. Ich habe eben keinen Bock auf hier. Ich sehe nicht mal deinen Kopf. Ich weiß gar nicht mehr, welches Game das war. Aber ich glaube hier... Ich sage schnell... Ach, hier dieses russische Überlebensding. dieses... ja erinnerungsstörung ich höre doch schon den Casper hier irgendwo rumrennen was machen wir hier nee ist es nicht, die hat einen Schalldämpfer alle mal angenehmer, der kommt doch hier gleich in die Ecke gehüpft, da ist er doch das ist neu, oh, ein neues Gimmick im Spiel Alter, hab ich mich erschrocken ja, möglich, dass er zu der eine oder andere kommt Alter, was läuft hier denn hier von mir? ach, hoppla ach, ja so, schon jemand da? ach nee, noch keiner was ist denn mit euch los heute? was haben wir hier drin? Bandkasten könnte interessant sein stay sharp, we got a creeper wer ist denn mit euch? so, schon ach ja so pass auf ich spreng hier mal das lockt ein paar leute an ok das hat sich bisher nicht so gelohnt was haben wir denn hier vorhin das scharfschützengewehr ist auch dieser einzel schuss ich check das mal aus ich hab das glaube ich noch nie gehabt gott gott naja ich weiß dass da oben welche sind aber jetzt natürlich nicht zu erreichen von hier ich habe so lange nicht gezockt gar keiner mehr kommt hallo hallo ich wollte sie anlocken ja Ich bin ein Schickwader. Blinde Ersche? Köpfe, ich sag dir, Köpfe weg. Oh, okay, gucken keine Kinder zu. Nein, es guckt immer noch keiner zu. Hallo? Oh, okay. Oh, okay. Auf wen schießt der denn hier noch? Kommen noch welche? Erwarten wir noch Besuch? Das war jetzt aber nicht fair, ne? Ob immer der gerade herkam. Und da bestimmt. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Maschinengewehrschwer ist auch nicht schlecht, aber diesen Granatwerfer. Habe ich den Granatwerfer oder habe ich diese Schuhe? Obla, habe ich den nicht getötet? Was haben wir jetzt? Oh, es ist in hier. Oh, dann lasst mal gucken, was hier so abgeht noch. Nicht ewig Zeit. Die Horde kommt. Ich weiß nicht, was das bessere war. Was war das? Was war das? Was war das? Okay. Geh mir nicht auf die Nerven. Ach ja, immer das Gleiche, ne? Okay. Grab the defense dash. Get the train going. Automatic turret setting. Ja, komm ich hier nicht hoch doch. Oh, cool. So weit, so gut, meine Freunde. Ja, ja. Den haben wir da drüber. Okay, Kameraden. Seid ihr bereit? Und dann? So gut. So gut, hör auf. Okay, ich hab dich mein Schuhe. Oh, ich hab mich hier. Ich hab dich ihren Halb. Check's dir nicht hoch. Bähig? Und wenn ihr disabilities habt. Enklapp. Sure, ich hab dich doch. Ich hab diese Spiele gescheißen. Ich hab diese Spiele gescheißen. Ich hab diese Spiele gescheißen. Dann springst du hier hoch, um den Job zu erledigen. Ich hab diese Spiele gescheißen. 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 Und folgt mir dezent. Sie kommen nicht hinterher. Ich hab die Spiele gescheißen. 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 Was sind wir denn hier? Was meint ihr? Sturmgewehr oder weiter Tralala? Ich hab die Spiele gescheißen. 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 Komm, bisschen mehr Action kann man echt gebrauchen, oder? Was sind was denn für Typen auf einmal? Ja, nun schädet man ein bisschen. Ja, da ist mehr, wo das kommt. Ich bin Boxed in! Ich bin Reload. Ich bin Empty! Sie kommen durch! Soll ich mich heilen? Nö, alles gut. Ne, wir wollen auch weiter gleich. Was haben wir hier noch? Noch Müll. So, Kameraden, wo ist hier der Ausgang? Let's go! Praise God! Hallo? Army's shelling the street! Where the hell are we? Reloading! River's on the right! Follow the fence! Shit! Swarm's running toward Viva! Oh nein, was ich brauche. Ich hab' nachgeladen. Ich hatte Klippo, ne? Grober Verstoß gegen die Gaming-Regel hier. Ich hab' nachgeladen! Gott, meine Güte, was für ein Anblick! So, wollen wir denn mal runter hier? ich würde ja gerne erstmal gucken ich bin Na? Habt ihr den erwischt? So, die können uns ja später mal ein bisschen... Wo ist denn das andere? Da war doch noch eins eben. Okay, da ist es. Die können uns ja gleich ein bisschen... ...den Rücken frei halten, ne? Und hier hätt ich ja gern die Tür zu gemacht, ne? Ja, ne? Okay. Oh, da ist ja noch einer. So. Oh. What's in here? Okay, das Spell Kainer? Code Red! Code Red! A Code Red has been detected en route to your position. I'm gonna blow the door! Ja, ich weiß. Das wird hier gleich unmöglich. Was hab ich denn geholt? Äh... Richt eine Verteidigung. Mach ich. Ich muss auch mal genau drauf... Ah, hier haben wir... Ach so. Wo bauen wir das denn auf? Wo wollen wir uns denn heute mal positionieren? Nein, ich würd' ja immer gerne... In einer Lebtokierung. Ach ja. Da kann ich nicht. Da will ich nicht. Ich würde ihn hier ansetzen. Wo geht es dann her? We're una, die Schreiber zu rein. Dasirseg sindluft. Das ist der Schreiber zu. Okay. Das ist ja auch nicht. bending dir sicher. Krass. Die war ich doch eben erst. Hier war das uns alle schick. Oh komm, ernster Stacheldraht. Wie bauen wir den denn jetzt am strategisch günstigsten auf? Ich würde ja hier sagen... So Kameraden, viel haben wir nicht. Keine elektrischen, keine... Los geht die Audi. Ich glaube, dass sie von da kommen. Wir müssen die Winch starten. Wir müssen die Winch starten. Wir müssen die Winch starten. Ach so. Ich mach mal hier... Munitionsaufnahme. Jungs, Mädels... Was? Darf man das überhaupt was herrangen, sonst, Mädels? Was? Dann haben das ja schon ihn. Guck mal, da kommen welche. Ich mach erst mal die Winde. Einfach mal. Na? Ne. Den. Wollte ich haben. Wollte ich haben. Dann sind wir da... Von der Ball. Das ist gut. Das sind wir da, nicht. Ich habe das, was wir jetzt haben. Soll ich noch mal die Winde aktivieren? Was meint ihr? Gibt es hier noch Probleme oder ist alles gut soweit? Dann kommt doch langsam mal her. Und wo kommen sie jetzt? Da. Das Flugzeug da oben hier ist mir egal. Was für eine Klemmnöte? Das hauptsächlich. Hier sie kommen. Oh, freu dich jetzt. Okay, geh mal an Bord, äh, jemand mit? Okidoki, dann guck ich mal, Bildschirm schon was an. Ich würd sagen, das war's für heute. Gerettetit. Wir sehen uns. Spätestens wenn Glasfaser kommt, dann wollen wir mal richtig Gas geben. Bis dahin, tschüss.